In diesem Video möchte ich dir eine Handvoll von VS Code Extensions zeigen, die ich persönlich vermutlich nie wieder deinstallieren werde. Es sei denn, ich benutze doch noch Vim oder NeoVim als IDE. Aber vorerst bleibe ich noch bei VS Code und diese Erweiterungen haben den Fokus auf die Frontend-Entwicklung mit JavaScript. Ein paar davon sind auch davon ausgenommen. Das sind allgemeine Erweiterungen, die du theoretisch für jede Art von Projekt verwenden kannst. Gehen wir doch einfach mal durch. Ich habe natürlich den Visual Studio Code Editor schon geöffnet mit einem kleinen Beispiel. Ich habe hier eine App.js-Datei, die hier eingebunden ist in Index HTML-Datei. Ich bediene mich hier der API von JSON Placeholder und hole mir hier ein paar Users. Diese Users möchte ich mir ausgeben lassen. Ich möchte das erstmal testen, ob da überhaupt was kommt. Das naheliegendste ist natürlich, Console.log zu verwenden, um auf der Konsole auszugeben, ob da jetzt was zurückkommt. Da gibt es eine hervorragende Erweiterung, wo du das hier direkt in Visual Studio Code machen kannst. Ohne den Browser zu verwenden, ohne die Browser-Konsole zu verwenden. Na klar, könntest du jetzt auch hergehen und sagen, ich nutze einfach den Terminal und schreibe hier Node, wenn du es installiert hast und führe die App.js-Datei aus. Ja, und da passiert erstmal nichts. Ich brauche natürlich hier ein Console.log. Das muss ich hier nochmal schnell mit einbauen. Console.log und gebe hier da dann mal aus, um zu schauen, ob hier was zurückkommt. Da kannst du das mit Node direkt ausführen und jetzt haben wir die Ausgabe hier im Terminal in Visual Studio Code integriert. Das Ganze hier. Ich meine das aber anders. Ja, ich meine das so, dass hier direkt an diesem Console.log die Ausgabe erscheint, beziehungsweise hier als weiteren Tab. Und jetzt kommen wir zu der Extension. Ja, wenn du bei Marketplace mal schaust nach Console.ninja. Das ist er hier. Console.ninja. Diese Erweiterung kannst du mal installieren. Diese Erweiterung gibt dir den Console.log Output direkt in deinem Code Editor. Wischest du den Code aus. Ja, so wie hier unten zum Beispiel angezeigt. Hier so in diesem Blau. Ja, kann natürlich sein, je nachdem was für ein Theme du verwendest, könnte das anders aussehen. Aber standardmäßig sieht das so aus. Und wenn du dir das installiert hast, das Ganze. Ich mache das hier mal wieder zu. Ja. Zack. Wenn du das Ganze installiert hast, dann hast du, ich mache mich mal kurz weg, dann hast du hier auf der rechten Seite unten hier Ninja stehen. Aktuell ist das pausiert. Aber Ninja, das reiht sich bei mir hier zwischen GoLive und Prettier ein. Ja, auch zwei hervorragende Erweiterungen. GoLive kommt von dem Live-Server-Extension. Ja. Und dieses, dieses Ninja-Plugin hier arbeitet mit einer ganzen Reihe von Tools zusammen. Wenn wir hier mal in die in die Settings reinschauen, ja, ich gehe noch mal hier Consul Ninja, klicke hier aufs Zahnräte drauf und hier kannst du Extensions-Settings mal anwählen. Ich kann mich auch mal wieder einschalten hier. Dann hast du den Überblick von allen Einstellungen bezüglich der Extension. Und grundsätzlich die Default-Einstellung ist auf Pro. Ja, diese Erweiterung hat auch Pro-Features, die in Zukunft mal kostenpflichtig sein werden. Momentan ist es noch frei. Da hast du die Wahl, das auch mal zu testen. Ist momentan noch kostenlos. Ich glaube bis dritten Quartal diesen Jahres. Also nicht mal so lange. Kannst du die Pro-Features noch testen? Ich habe es mal auf Community gestellt, weil ich wollte mir anschauen oder möchte dir zeigen, wie es generell aussieht, wenn du das freie Paket verwenden willst, ohne was zu bezahlen, ja. Und hier hast du verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, womit dieses Consul Ninja zusammenarbeiten soll. Zum Beispiel hier mit Vite oder Webpack oder auch Next.js und eine ganze Reihe von anderem Zeug. Und hier unten auch dem Live-Server. Das musst du, wenn du den Live-Server benutzen willst, beziehungsweise die Live-Preview-Extension, musst du hier einen Haken reinsetzen. Das ist standardmäßig nicht der Fall. Ist per Default nicht angehakt. Und wenn du den Live-Server benutzen willst mit diesem Tool, hake es an. Dann musst du aber Visual Studio Code nochmal neu starten, damit es die Änderung auch übernimmt. Steht auch hier. Ja. Alles klar. Das Häkchen musst du setzen. Dann ist es für Live-Server aktiviert. Ja. Und jetzt könntest du hier das Ganze in diesem Editor ausgeben lassen. Ja. Wie funktioniert denn das? Zuerst musst du hier unten rechts auf dieses Ninja klicken. Dann kommt hier oben ein kleines Fensterchen und dann startest du Console Ninja. Hier. Zack. Und jetzt passiert erstmal gar nichts. Weil dieses Tool Console Ninja braucht jetzt in dem Fall einen Server, wo er drauf schauen kann. Ja. Zum Beispiel den Live-Server. Den kann ich jetzt mal starten. Go Live klicke ich an. Es startet den Live-Server auf Localhost Port 5500 standardmäßig. Und es passiert immer noch nichts. Hier. Ja. Du musst im Hintergrund diese Webseite auch aufrufen. Erst dann funktioniert. So ist es zumindest bei mir. Ja. Ich switche mal zu der wunderschönen Webseite, die ich hier aktuell erstelle. Ja. Und wenn du die mal neu lädst. Ja. Und auch mal hier untersuchst auf der Konsole. Hier das Thema anzeigen lässt. Dann hast du hier die Ausgabe. Also im Prinzip funktioniert dieser Request an die API-Schnittstelle. Und wir kriegen hier 10 User ausgegeben. Alles klar. Gucken wir mal zurück zu Visual Studio Code. Und mittlerweile hat er hier auch die Ausgabe hier drin. Super. So ist das natürlich schlecht zu lesen. Ja. Es ist schon mal gut, dass überhaupt was dasteht. Aber du kannst auch, wenn du diese Datei hier gerade offen hast, hast du hier rechts oben neues Icon. Show Output. Klickst du drauf. Und hier hast du von diesem Console-Ninja einen weiteren Bereich, den du hier dir anschauen kannst. Diesen Output. Hier mit App.js, Zeile 8. Da ist das Console-Log drin. Und hier kannst du direkt in deinem Code Editor hier dir diese Ausgabe anschauen. Was hier zurückkommt. Ja. Das ist Json. Json ist mal wieder am Werk. Alles klar. Was kannst du noch machen. Du kannst dieses Fenster auch hier rüberziehen. Ja. Dann hast du das hier komplett. Ja. Als Tab zwischen den Dateien. Wenn du das möchtest. Und was kannst du noch machen. Was ist denn überhaupt sinnvoll zu machen. Ja. Ja. Ich will jetzt wissen. Ja. Wie lange dauert denn jetzt das hier diese Anfrage und das hier auszuführen. Das ist ja ein asynchroner Task. Dieser API-Call. Ja. Und der braucht ja ein bisschen Zeit, bis die Daten zurückkommen. Deswegen könnte man hier sagen. Console. Time. Ja. Und dann sage ich hier Fetching Data. Das ist hier. Das möchte ich benutzen. Als Identifier. Und dann sage ich hier unten Time. End. Und speichere mal. Und dann bekomme ich hier direkt angezeigt. Ja. 60 Millisekunden dauert das Ganze. Also 0,6 Millisekunden. Ja. So steht es hier. Und wenn ich nochmal speichere, dann macht er hier eine zweite Ausgabe. Hat nur halb so lange gebraucht. Ja. Und wenn ich nochmal speichere, führt das nochmal aus. 0,4 Millisekunden. Ja. Also der, der behält immer die letzte Ausgabe mit drin. Ja. Dass du weißt, wenn du zum Beispiel eine Schleife hast. Ja. Hast du dann jeden einzelnen Output hier angezeigt. Super hilfreich, wie ich finde. Ja. Man muss dann nicht ständig zum Browser wechseln, in die Konsole schauen. Ja. Wie lange hat das jetzt gedauert. Du hast die Info direkt hier drin mit angezeigt. Ja. Du kannst zum Beispiel auch noch eine Vorschleife bauen. Ja. Das geht auch. Machen wir mal kurz. Let i gleich 0. Und solange i kleiner 10 ist, soll die Schleife durchlaufen. Ansonsten erhöhe ich um 1. Pro Schleifendurchlauf. Und die könnte ich mal ausgeben. Console. Log. i. Was kommt denn da? Na guck mal. 0 bis 9 wird ausgegeben. Ja. Wenn ich das jetzt hier ändere. 12. Dann wird 0 bis 12 ausgegeben. Äh bis 11. Ja. Also so kannst du dir mit Console Ninja direkt die Konsolenausgaben hier anzeigen lassen. Ja. Um mal schnell was zu gucken. Ja. Was steht denn jetzt in der Variable drinne? Und so weiter. Super hilfreich, wie ich finde. Kommen wir mal zur nächsten Erweiterung. Ja. Und zwar zum Testen von APIs ist das natürlich hier hilfreich zu schauen mit diesem Console Log. Ja. Was steht denn da drinne? Aber um jetzt wirklich zu analysieren. Ja. Ja. Wie wird eine API verwendet? Was passiert, wenn ich da im Header was umstelle, was anderes mitschicke? Was, um zu sehen, was kriege ich da zurück? Und so weiter. Ist natürlich eine eigene Extension sinnvoll. Und das ist in meinen Augen der Sander Client. Ja. Ja. Hervorragende Erweiterung, um Rest-APIs zu testen. Um zu schauen, wie sie funktionieren, ob sie funktionieren und so weiter. Ja. Du hast dann hier auf der linken Seite einen neuen Bereich. Hier Sander Client. Klickst du drauf. Und da könntest du zum Beispiel hier diese URL testen. Ja. Chasen Placeholder. Ja. New Request. Gibst dir die URL an. Ja. Get. Send. Und dann bekommst du das Ergebnis zurück. Und nicht nur das. Also du kannst dir das Ergebnis hier anzeigen. Du kannst auch schauen, was als Header zurückkommt. Ja. Wertvolle Informationen und so weiter. Du kannst auch hier zusätzliche Query-Parameter mit anfügen, wenn du den Request absendest. Ja. Du kannst hier den Header setzen. Du kannst ein Body setzen, wenn du hier Chasen abschicken willst, um das zu testen und so weiter. Du kannst hier oben die HTTP-Methode auswählen, die du benutzen möchtest. Also es ist, ich kann nicht mehr ohne. Ja. Der Sander Client ist bei mir immer mit am Start. Ja. Wenn es um APIs geht. Kann ich nur empfehlen. Kommen wir zur nächsten Erweiterung. Und zwar heißt die Rainclow Themes. Oder nur Rainclow. Ja. Klickst du drauf. Ist mal was fürs Auge. Ja. Ganz wichtig fürs Auge. Und dieses, diese Erweiterung gibt uns über 320 Themes zur Verfügung. Ja. Das ist eine ganze Menge. Ja. Du kannst dir rein theoretisch an jedem Tag ein anderes Theme dir einstellen. Reicht dann für ein Jahr. Ja. Wenn du Feiertage und Urlaub mal mit abziehst. 320 Tage. Ja. Und wenn du hier dieses SetColors Theme mal anklickst, nachdem du es installiert hast, kannst du hier das Ganze mal durchsappen. Ja. 320 Themes. Das ist eine ganze Reihe. Ja. Ich benutze aktuell, ähm, was habe ich denn benutzt? Tonic Tweet. Tweet Contrast. Hat mir ganz gut gefallen persönlich. Das verwende ich aktuell. Falls du nicht weißt, was für ein Theme, ähm, dir jetzt zusagt. Es gibt ja noch eine ganze Reihe anderen. Dann empfehle ich dir dieses Rainclow, Rainclow mal zu installieren. Und mal durchzusappen. Da ist bestimmt für jeden was dabei. Ja. Sehr umfangreich. Die nächste Erweiterung ist sehr nützlich, um sich schnell und einfach Testdaten zu generieren. Und die heißt, Random Every... Dann schreibe ich denn hier Everything. So. Mit diesem Lofel hier. Die kannst du mal installieren. Random Everything. Und damit ist es ganz leicht, hier sich Daten zu generieren. Ich habe hier mal ein Array angelegt mit einem Objekt. Ja. ID, Name, Country und E-Mail. Jetzt kopieren wir das mal. Das brauche ich mal ein paar Mal, vier Mal. Und jetzt brauche ich hier Testdaten. Und dann markiere ich mir mal ID und drücke STRG-D, um die anderen IDs hier zu haben. Dann habe ich einen Multikursor. Toll, ne? So. Jetzt mache ich die Null weg. Und ich will hier Testdaten haben. Jetzt drücke STRG-SHIFT-P für die Command Palette und gebe hier ein Random. Und dann habe ich eine Auswahl von verschiedenen Random Werten. Und ich möchte hier ein Integer haben. Und du kannst noch eingeben von bis, zum Beispiel 1 bis 1000. Ja. Und dann hast du hier IDs. Super. Switchst du zum nächsten runter. Multikursor ist noch aktiv. Drückst wieder um STRG-SHIFT-P und sagst Random Full Name. Dann hast du hier einen vollen Name. Jetzt hast du hier unten bei dem Namen hier den Cursor verhauen. Worum, worum. Kann ja mal passieren. Ich selecte mal hier Country. Und sag hier wieder STRG-D. Ich habe hier den Cursor. Und jetzt möchte ich hier ein Land haben. Random Country. So. Und jetzt kannst du E-Mail selektieren. Multikursor. Wieder hier. Und dann Random E-Mail. Ja. So kannst du dir super einfach und schnell Testdaten zusammenziehen. Ja. Dir erstellen. Ich fände es super hilfreich. Sollte man immer mit am Start haben. Alles klar. Die nächste Erweiterung, die ich empfehlen kann, ist Inner. Nicht immer, sondern Inner HTML. Wird es vielleicht zusammengeschrieben? Ich finde es gerade nicht. Ich muss mal hier schauen. Ach, Inline HTML. So heißt das Ganze. Nicht Inner HTML. Inline HTML. Danach kannst du mal suchen. Und was macht das? Wenn du in JavaScript Template schreibst, also HTML-Code verwendest. Ja. Dann ist es natürlich frickelig. Ja. Wenn du hier eine Konstante anlegst und sagst, ja, HTML-Output. Ja. Und hier mit Backticks kannst du ja zumindest hier mehrere Zeilen verwenden. Wenn du aber anfängst, hier HTML zu schreiben, dann hast du hier keine Autovervollständigung. Du hast hier kein Autocomplete. Ja. Du musst hier alles per Hand schreiben. Du hast kein Emmet, was du verwenden kannst. Also hier UL und LI mal 5 und Tabellator. Das geht hier nicht. Also der Komfort ist schlecht. Der ist miserabel. Wenn du hier das so definieren willst und schreiben willst, es schmerzt einfach. Ja. Und deswegen dieses Inline HTML, diese Erweiterung. Was macht die? Du kannst jetzt hierher gehen und vor dem ersten Backtick hier HTML schreiben. Und jetzt hast du hier, wie aus Zauberhand, hier kannst du Tiff schreiben, Tabellator, ja. Wie aus Zauberhand hast du hier dieses hier Syntax-Highlighting von HTML, Autocomplete, Autovervollständigung. Emmet hast du auch. Ja, Emmet kannst du auch verwenden. Zum Beispiel hier, wenn du sagst, du willst eine unsortierte Liste mit 5 Listelementen und da ist jeweils ein enger Text drin und sagst Tabellator und schon hast du eine Liste gezaubert. Und das direkt im JavaScript hier zwischen diesen Backticks, ja. Ja, was willst du mehr, ja. Paragraph, du kannst hier Lorem 10 eingeben für einen Test, Text und so weiter, ja. Kann ich nur empfehlen, ja. Ist wirklich keine gigantische Erweiterung, aber diese kleinen Helfer bewirken viel, ja. Installiert ihr das unbedingt. Die nächste Erweiterung, die ich empfehlen kann, ist der String-Converter, ja. Und zwar der Template-String-Converter. Der hier, Template-String-Converter. Und zwar, warum brauchst du denn den? Installiert ihr den erstmal, dann sag ich dir, warum du den brauchst. Und zwar, mach das Ding mal zu. Wenn du eine Variable hast, Test und da steht was drin, besonders. Und dann hast du noch eine Variable, eine Konstante, ja. Und sagst hier String xy. Und du hast ja auch einen String, ja. Sagst hier, das wird ein schöner Tag. Soweit, so gut. Jetzt willst du aber hier eine Variable reinhaben. Anstatt jetzt zu sagen, hier, ne, ich spreche jetzt den String ab und mache hier ein Plus rein und sag hier Test, ja. Kannst du natürlich auch Template-Strings verwenden in JavaScript, ja. Geht viel besser. Indem du hier sagst, Dollar. Und dann geschweifte Klammern. Und was ist denn jetzt passiert? Der hat jetzt diese Double Quotes in Backticks umgewandelt. Das würde das nämlich sonst nicht machen, ja. Ich kann das ja mal deaktivieren. Disable. Reload required. Okay, enable. Also der würde das nicht machen, ja. Du kannst jetzt hier reinschreiben Test und es funktioniert, ja. Der wechselt automatisch diese Double Quotes hier zu diesen Backticks um, sobald du Dollar schreibst und geschweifte Klammer, ja. Super hilfreich, ja. Weil sonst müsstest du hierher gehen und sagen, ich muss das jetzt hier ändern von diesem Double Quote zu diesem Backtick, ja. Das ist schmerzt, das schmerzt echt, das jedes Mal zu machen. Deswegen diese Erweiterung, ja. Kann ich nur empfehlen. Die letzte Erweiterung, die ich dir zeigen möchte, ist Comment Anchors. Ja, Comment Anchors. Was macht denn die? Und zwar erweitert das die Kommentare, die du schreibst. Mit dem Feature, das du jetzt zum Beispiel hergehen kannst und sagen kannst, hier Index.html oder eine andere Datei. Du hast ja die Möglichkeit, dir Anchor mit diesem Kommentar Flex zu setzen. Zum Beispiel To-Do, ja, oder Section, ja, oder Node oder FixMe. Also da gibt es eine ganze Reihe. Der erste Vorteil ist, die werden farblich hervorgehoben. Der zweite Vorteil ist, du hast hier vorne einen schönen Anker, ja, enormer Vorteil, ist der beste Vorteil. Und der allerbeste Vorteil ist, du hast hier links ein neues Icon, diesen Anker hier. Und du kannst jetzt hier über diese File Anchors, wenn du die anklickst, in dieser Datei hin und her springen, ja. Die Section, die tu das nochmal unterteilen, ja. Wenn du das nochmal verschachteln willst, kannst du das auch machen. Aber wenn du jetzt Dateien hast, die tausende Zeilen lang sind, meinetwegen, ja. Wenn, natürlich versucht man alles modular aufzuteilen, dass jede Datei so klein wie möglich ist. Aber manchmal geht es ja nicht, ja. Manche Dateien sind nochmal 10.000 Zeilen lang, ja. Und dann sind diese Anker enorm hilfreich, ja. Um sich in dieser Datei zu bewegen. Natürlich musst du diese von Hand an anlegen. Andere sagen natürlich, ja, man hat ja hier dieses Outline, ja, in Visual Studio Code, was man benutzen könnte. Aber ich finde das nicht so komfortabel, ja. Du kannst jetzt zwar einzelne Bereiche anspringen, aber man hat dann hier nicht mehr die Möglichkeit irgendwie, ähm, das anzupassen. Nach seinem Vorlieben, so nach seinen Wünschen, ja. Und man hat hier wenig Info, ja. Gut, Liste, ja. Was ist das jetzt, ja. Oder dieser P-Tag, ja. Oder H1, ja. Ist noch ein P-Tag. Ist das jetzt das P-Tag, wo ich hinspringen will, ja. Das ist halt so eine Sache, ja. Deswegen, Comment Anchors, ja, ist zwar ein bisschen dann mehr Arbeit, das Ganze zu pflegen, aber es lohnt sich, ja. Ich mache es ab und zu mal, ja. Und es ist für mich persönlich eine Hilfe. Ich wollte es dir mal gezeigt haben. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein paar Extensions dir zeigen, die du vielleicht noch nicht kennst, die dir vielleicht bei der täglichen Arbeit helfen werden. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch einen Daumen nach oben. Ich würde mich freuen. Ansonsten empfehle ich wie immer das nächste Video. Bis gleich.